Willkommen im neuen Jahr, zumindest wenn ihr das seht, wenn ihr gerade noch ein bisschen Feuerwerk im Hintergrund hört. Ich nehme das Video einen Tag vorher auf, das kommt dann irgendwie von draußen von den Leuten, die es überhaupt nicht abwarten können, dass das Jahr 2022 sein Ende findet, warum auch immer. Egal, es geht heute um etwas schönere Themen, um die Kamerawelt. Was waren so meine Highlights des vergangenen Jahres? Was waren die meistgeklickten Videos, die meistgeklickten Webseitenartikel und was erwarte ich für das Jahr 2023 im Bereich Kameras und Objektive? Beginnen wir mit den harten Zahlen und Fakten, was waren die meistgeklickten Videos des Jahres? Und da sich manchmal so ein paar ältere Videos reinschleichen, machen wir erstmal die Top 5 der Videos, die dieses Jahr auch veröffentlicht wurden. Auf Platz 5 die Olympus UM1. Weiter geht es mit einem sehr neuen Video. Erstaunlich, dass das noch reingekommen ist. Die Fujifilm X-T5. Dann auf Platz 3 die Canon EOS R3. Platz 2 das Photonews-Video zur Canon EOS R7 und Canon EOS R10. Und Platz Nummer 1 der Neuerscheinung dieses Jahr, das ist die Panasonic Lumix GH6. Relativ früh rausgekommen. Wir hatten ja auch eins der eher wenigen Videos in Deutschland direkt zum Start. Also das wundert mich jetzt zumindest auch nicht so ganz. Aber dann noch die absolute Nummer 1 dieses Jahr der am meisten aufgerufenen Videos, unabhängig davon, wann es rauskam. Das ist Trommelwirbel. Die Canon EOS 2000D. Ja, das kam auch für mich etwas unerwartet. Oder es kommt eigentlich so relativ lange unerwartet. Denn es gibt viele Wochen, viele Tage, wo das Video immer mal wieder in den Top 3 der meistgesehenen Videos der letzten 48 Stunden ist. Das ist glaube ich, was YouTube mir da im Studio anzeigt. Dann denke ich mir immer, warum? Wenn ihr eine der Personen seid, schreibt es gerne unten rein. Also nicht falsch verstehen ist für den Preis eine tolle Spiegelreflexkamera. Ich verstehe es, dass viele damit einsteigen. Ist halt einfach günstig. Ich glaube, da gibt es meistens um die 300, 350 Euro. Aber ist schon ein bisschen älter und eben eine Kamera, die viele der Leute, die hier regelmäßig zuschauen, wahrscheinlich nicht auf dem Schirm gehabt hätten. Viele wissen es, da ich euch mittlerweile oft genug damit auf die Nerven gehe. Aber wir haben noch eine Webseite zum Thema Speicherkarten oder genauer gesagt Speicherkarten für Kameras. Über die Jahre hatte ich ja die Chance, sehr viele Kameras zu testen und habe auch früh angefangen, parallel zu den Kameras die Speicherkarten für die Kameras zu testen. Wer das noch nicht kennt, einfach mal den Link in der Infocard oder unten in der Videobeschreibung anklicken. Nennt sich speicherkarten.guru. Sind mittlerweile auch, glaube ich, so um die 100 Kameras im Testbuch. Also über die Jahre kam da einiges zusammen. Egal, es geht ja auch darum, was waren denn da die meistgeklickten Kameras. Und da geht es dann tendenziell weniger um, was wurde schon gekauft, sondern was haben die Leute halt auch viel in Benutzung. Natürlich auch ein bisschen, was neigt mir Google zu an Traffic, der da rüberkommt. Also ihr könnt das Projekt natürlich gern unterstützen. Ihr könnt es ja irgendwie mal verlinken, wenn es irgendwo passt in eine Diskussion oder so. Bitte nicht spammen, aber wie gesagt. Auch da gehen wir einfach mal die verschiedenen Plätze durch. Ich mache mal indirekt eine Top 6 draus, da Platz 5 und 6 nahezu punktgleich sind. Also je nachdem, welche Stunde das ist, könnte das die ein oder andere Kamera sein. Das wäre nämlich damit auf dem kombinierten Platz 5 die Nikon Z9 und die Canon EOS R7. Also auch zwei Neuerscheinungen des Jahres. Auf Platz 4 hätten wir dann die Sony Alpha 7 III. Wundert mich jetzt persönlich nicht. Ist halt einfach eine Kamera, die ist jetzt seit einigen Jahren draußen. Eine der beliebtesten und dementsprechend auch meistgekauften Vollformat Kameras. Also keine echte Überraschung. Weiter geht es mit der Nikon Z6 II und der Canon EOS R6. Also günstige, wenn auch nicht die günstigsten DSL-M-Kameras oder Vollformat DSL-M-Kameras von Canon und Nikon. Und Platz 1 sichert sich die Sony Alpha 7 IV. Also hier sieht man schon sehr Vollformat lastig die ersten Plätze. Wer jetzt sagt, da sind ja auch wenig andere Hersteller dabei, glaubt mir, die nächsten 10 Plätze wären nicht viel besser. Ich glaube, der erste Hersteller nicht von den großen drei wäre die Fujifilm X-T4 auf Platz 14. Also da gibt es doch eine ziemlich starke Gewichtung auf die drei ganz großen Hersteller. Hängt aber auch immer sehr von Land zu Land ab. Auf den englischen Webseiten ist zum Beispiel die Fujifilm X-T5 die meistgeklickte Kamera des Jahres. Also ihr seht, da gibt es lokal auch immer Unterschiede. Und wie gesagt, wenn ihr es unterstützen wollt, erwähnt es gerne, wenn irgendjemand eine Speicherkarte sucht. Einfach zu merken, speicherkarten.guru oder einfach jetzt auf den Link klicken. Was war denn mein Highlight des Jahres? Es kamen ja einige neue Kameras und Objektive raus. Ich mache es dementsprechend auch zweigeteilt. Einmal Kamera, einmal Objektiv. In Sachen Kameras habe ich lange überlegt. Da gab es einige Kandidaten. Zum Beispiel die Lumix GH6, mal wieder so ein neues Profi-Modell im MFT-Segment. Und natürlich auch die OM1. Aber irgendwie bei beiden Kameras fand ich so, irgendwas war dann immer, bei dem ich dann gesagt habe, naja, so ganz war es dann doch noch nicht das Richtige. Bei den ganz Großen das Problem. So Nikon Z9, ja, Canon EOS R3 eher ja letztjähriges Announcement, passt also auch nicht so wirklich rein. Sony Alpha 7 R5 hatte ich jetzt im Test, aber fand ich die Änderung jetzt nicht groß genug. Und am Ende war es denn keiner der großen Hersteller, okay, ist auch noch ein großer Hersteller, aber ihr wisst jetzt nicht im Sinne so der Top 3. Die Fujifilm X-H2 hat mir tatsächlich am besten gefallen. 8K Video, guter Autofokus, schönes Bild, was rauskommt. Guter, wenn auch nicht jetzt sehr guter Autofokus. Also ich fand irgendwie, das war eine Kamera, die hat mich dieses Jahr so richtig positiv überrascht. Und auch mal wieder so angefixt auf die Zukunft. Mal gucken, was sich vielleicht andere Hersteller absetzt der großen 3 noch einfallen lassen. In Sachen Objektive, das 50 bis 400 Millimeter von Tamron. Toller Brennweitenbereich, tolle Bildschärfe, Gewicht in Ordnung, Preis in Ordnung. Also für mich so in Sachen Telesum irgendwie, nicht in Telesum, einfach in Sachen Objektiv. So das Objektiv des Jahres hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Ich hatte es ja auch ein bisschen länger mal zum Testen in meinem Norwegenurlaub dabei. Konnte da ein paar Fotos aufnehmen, halt das einfach mal eben zwei Wochen dabei zu haben. Also das hatte schon was und hat auch auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. So, jetzt noch zu meiner Lieblingsrubrik. Glaskugel-Leserei, was werden wir nächstes Jahr sehen? Und wir gehen einfach mal wieder ein bisschen alphabetisch durch. Also fangen wir an mit CW Canon. Gab es nun letztes Jahr im APS-C-Segment sehr viel. Stichwort Canon EOS R7, Canon EOS R10. Die EOS R3 eben auch noch relativ neu. Und dann jetzt auch noch zum Jahresabschluss die EOS R6 Mark II. Dementsprechend hat Canon da ordentlich Gas gegeben, was vor allem Kameras angeht bei Objektiven. Jetzt war weniger. Dementsprechend erwarte ich auch, dass der Fokus von Canon nächstes Jahr eher auf Objektiven liegt. Aber auch eine EOS R5 Mark II zumindest für mich habe ich relativ fix schon mal eingeplant, in Anführungszeichen. Denn die R6 Mark II hatten wir und viele der Dinge, die die R6 Mark II bekommen hat, würden auch sehr gut in der R5 Mark II passen. Also Autofokus-Anpassungen, der neue Blitzschuh, den man mit der EOS R3 eingeführt hat und so weiter und so fort. Und ich hoffe ja immer noch, dass Canon Eye Control zumindest in die EOS R5 Mark II reinbringt. Ist jetzt auch eine teure Kamera und eben eine viel höhere Auflösung als die EOS R3. Und die konkurrieren für mich nicht so richtig die beiden Modelle. Bei der R6 habe ich es verstanden und der R6 Mark II, da man wahrscheinlich der EOS R3 im Sportsegment nicht noch mehr Konkurrenz als ohnehin schon machen wollte. Aber schauen wir mal. Dennoch, wie gesagt, eine Canon EOS R5 Mark II relativ weit oben in der Liste von Produkten, die ich erwarte, neben weiteren Objektiven. Fujifilm. Ja, ähnliches Spiel. Die XT-Serie hat man aktualisiert. Die XH-Serie hat man aktualisiert. Also zumindest im APS-C-Segment sehe ich dann nicht viel Potenzial. Absatz von einer X-Pro4. Das könnte ich mir noch vorstellen. Oder mal wieder was in der Einsteiger-Serie. Da hat man jetzt länger auch nichts mehr getan. Dieses Jahr war ja, oder letztes Jahr, ja sehr Profi-Kameralastig vielleicht. Eben ein paar Einsteigermodelle und oder eine X-Pro4. Das könnte ich mir da vorstellen. Bei Objektiven hat Fujifilm jetzt eher wenig Neues gebracht. Eher Überarbeitung die letzten Jahre. Ich denke, da wird man weitermachen, dass so ein bisschen Richtung höhere Auflösung, bessere Autofokus und kurze Trimmen. Aber was man da priorisiert, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Da hat man eben noch einige Baustellen offen. Aber so richtig große Lücken im Portfolio sehe ich eigentlich nicht mehr. Oder die Objektive, die noch fehlen, sind so speziell. Also Stichwort Tilt-Shift und so weiter und so fort. Da weiß ich nicht, ob das jetzt im APS-C-Segment so spannend ist oder ob das nicht vielleicht eher in ihrem Mittelformatsystem irgendwie Platz findet. Nikon, das wird auch noch mal spannend. Da bin ich mir nämlich absolut nicht sicher, wo die Reise hingeht. Es gibt ja einige Kollegen von mir, die sagen, eine Nikon Z6 II, Z7 II, die sind ja schon relativ alt. Da kommt sicherlich bald was Neues. Ich persönlich finde die Kamera jetzt nicht so alt. Ich glaube, nächstes Jahr machen sie gerade erst mal die zwei Jahre voll. Also da geht nach meinem Empfinden noch ein bisschen mehr. Wo ich eher noch eine Lücke sehe, das ist im APS-C-Segment. Da hat man ja die Z50, Z30 und ZFC. Aber alle drei Kameras sind ja technisch gesehen nahezu identisch, was jetzt halt Bild-Sensor-Bild-Prozessor angeht. Und da fehlt mir noch ein Flaggschiff, so wie es Canon mit der EOS R7 vorgestellt hat. Also im Einstiegssegment ist, glaube ich, Nikon jetzt ganz gut aufgestellt. Vlog-In-Kamera, günstige und ein bisschen weniger günstige Kamera zum Fotografieren. Aber eben Konkurrent zur Canon EOS R7 zu einer Fujifilm X-H2, X-T5, irgendwas eben in dem Bereich so knapp unter, knapp über 2.000 Euro im APS-C-Segment. Warum nicht? Früher gab es ja auch eine Nikon D7500, Nikon D500. Und sowas im APS-C-Segment sehe ich tatsächlich persönlich eher oder als Fokus vielleicht für Nikon, als jetzt eben eine Z63 oder Z73 rauszubringen. Aber korrigiert mich gerne. Und die Z9 ist natürlich auch noch relativ neu. In Sachen Objektive hat man auch noch ein bisschen was aufzufüllen. Allerdings die, ich sage mal, mehr oder weniger offizielle Kooperation mit Tamron. Also 17, 28, 28, 75, 70, 180 hat jetzt auch noch mal ein paar günstige Objektive reingebracht. Und Tamron darf jetzt ja auch schon offiziell seine eigenen Objektive bringen. Und ich hoffe mal, dass Sigma und Co. da demnächst einsteigen. Auch natürlich Sam Young und wir halt noch viel, viel mehr Objektive für das Z-Bajonett sehen. Denn so langsam, aber stetig wird es ja auch was mit dem Objektivangebot. OM-System, früher bekannt als Olympus. Ich denke, da ist die Sache relativ einfach. Man hatte letztes Jahr die OM-1 und die OM-5. Testmuster habe ich übrigens angefragt. Also ich hoffe mal zumindest die OM-5, dass wir die auch noch zeitnah testen. Und fehlt dementsprechend ja eigentlich nur noch eine OM-10. Dann wäre das frühere Olympus-Angebot komplett. Das sehe ich da primär demnächst auf uns zurollen. Sonst bei Objektiven hat man ja schon wirklich viele Jahre im MFT-System verbracht. Also da glaube ich persönlich weniger, dass wir nochmal jetzt erstmal eine große Welle an neuen Objektiven sehen. Vielleicht wird man das eine oder andere neu auflegen. Aber ich glaube, da wird das Objektiv seit ich nächstes Jahr nicht so spannend. Aber ich lasse mich liebend gerne positiv überraschen. Bei Panasonic läuft sich ja gerade die Gerüchteküche um eine Lumix S5 Mark II heiß. Auch schon die ersten Spezifikationen wurden geleakt. Angeblich soll es jetzt direkt Anfang Januar losgehen. Schauen wir mal, was da kommt. Es liest sich aber schon sehr spannend. Und wenn das kommt, was angeteasert wurde, könnte es eine richtig fette Kamera werden. Sonst von Panasonic Lumix nächstes Jahr zu erwarten. Ich denke mal, bei der G-Serie hätte man noch ein bisschen Potenzial. Die GH6 letztes Jahr als neues Video- oder Hybridflaggschiff hat man rausgebracht. Aber die G9 hat jetzt ja doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Gleiches gilt für die G91. Also ich sage mal, im unteren MFT-Segment sehe ich da durchaus Spielraum, was eben so ein bisschen unter einer GH6 und ein bisschen fotozentriger angelegt ist. Da könnte es demnächst dann mal wieder eine Neuauflage geben. Sigma hat die letzten ein, zwei Jahre derart viel Gas gegeben und neue Objektive noch und nöch herausgekloppt, dass ich mir langsam nicht mehr sicher bin, was denn da überhaupt noch im Angebot fehlt. Man hat vom Ultraweitwinkel bis zum Telesoom ziemlich alles im Angebot. Makro-Objektive und so weiter, Tilt- oder Shift-Objektive hatte Sigma nie im Angebot, sehe ich persönlich auch nicht kommen. Es gibt natürlich noch so ein paar Lücken im nativen DSL-M-Line-Up, gerade so 70-200-28, da warten sehr viele drauf. Das wäre auf jeden Fall noch mal ein Highlight, wenn das dann kommt und da kann ein bisschen mehr Konkurrenz auf jeden Fall nicht schaden, weil einige sagen ja, dass 70-180 von Tamron, ja, die 20mm, die fehlen mir auf jeden Fall im Tele. Anderen wie mir zum Beispiel ist es egal, aber man kann beide Standpunkte irgendwie verstehen. Vielleicht auch noch optisch stabilisiert ist ja das Tamron auch nicht, obwohl halt die Kameras dahinter, ja, aber für den einen oder anderen wäre es vielleicht schon wichtig, das drin zu haben. Also da vielleicht noch ein bisschen Konkurrenz, die so zwischen den Tamron 70-180 und so ein Sony G-Master steht, der zweiten Generation, das würde dem Markt vielleicht auch so gut tun. Das würde ich noch sehen, sonst müssen wir uns einfach überraschen lassen. Vielleicht hat Sigma ja auch noch mal wie früher beim 18-35mm 1.8 eine richtige Überraschung parat, die so keiner auf dem Schirm hatte. Schauen wir mal. Sony, das ist auch noch mal so eine Geschichte. Was erwartet man da? Gehen wir erstmal die Sachen durch, die höchstwahrscheinlich nicht kommen. Sony Alpha 7 IV, ziemlich neu. Sony Alpha 7 V offensichtlich viel zu neu. Sony Alpha 7S III würde ich sagen, auch noch zu neu, gerade wenn man sich mal anschaut, wie lange das von der 7S II zu 7S III gedauert hat. Also ich denke mal, bei der Alpha 7 Serie sind wir erstmal sicher durch. Da dürfte nächstes Jahr nichts Neues kommen. Sony Alpha 9 II wäre ich mir gar nicht so sicher, dass da keine Nachfolge ansteht. Die Kamera hat ja doch schon einige Jahre auf dem Buckel. Klar, mit der Alpha 1 hat man noch mal ein neues Flaggschiff. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob Sony da jetzt weiterhin den Sinn sieht, noch die Alpha 9 Serie fortzuführen. Oder ob das jetzt in der Alpha 1 aufgeht. Aber auch in der Alpha 1, gerade in Sachen Autofokus, gab es jetzt doch einige Sprünge, die man noch mal gemacht hat. Und da vielleicht noch mal eins oben drauf zu legen, könnte vielleicht durchaus nötig sein. Aber wie gesagt, wenn Sony der Meinung ist, die Alpha 1 ist das neue Flaggschiff und die Alpha 9 Serie wird eh nicht weitergeführt, könnte ich mir auch vorstellen, dass da erstmal nichts kommt. Wo ich viel größere Baustellen bei Sony mittlerweile sehe, das ist ganz klar im APS-C-Segment. Nicht falsch verstehen, so eine Alpha 6400 ZV-E10 als Vlogging oder eben Fotokamera sind sehr gut aufgestellt weiterhin. Ich glaube, da muss man nichts machen. Aber das Premium-Modell Alpha 6600 ist mittlerweile ja wirklich meilenweit unterlegen im Bereich Autofokus, Serienbildgeschwindigkeit, Speicherkarten-Controller und so weiter und so fort. Also werden wir uns mal eine Fujifilm X-H2, X-H2S, eine Canon EOS R7 ansehen. Die ziehen ja wirklich mittlerweile Bahn um eine Alpha 6600. Also ich denke, da hat man wirklich einiges zu tun, aufzuholen, mindestens, wenn nicht vielleicht auch mal irgendwann wieder überholen. Also das würde mich doch mittlerweile sehr wundern, wenn wir kein Alpha 6600 Nachfolger im nächsten Jahr erleben. Mit der FX30 hat man ja dieses Jahr auch schon mal einen neuen Sensor gezeigt im APS-C-Segment. Vielleicht ist das ja schon ein kleiner Hinweis darauf gewesen, was uns demnächst erwartet. Tamron. Tja, ähnliches Spiel wie bei Sigma in den letzten Jahren kamen da wirklich so viel an Objektiven draus, dass man eben irgendwann nicht mehr weiß, was will man da irgendwie noch machen. Ich sehe da mittlerweile auch eher die Baustelle, dass Tamron viele Objektive, die man hat, jetzt für weitere Bayonette anbieten wird. Insbesondere Nikon Z und Fujifilm X. Da hat man ja schon erste Schritte gemacht. Und ich denke, in den Bereichen wird es doch erst mal weitergehen, dass man da ein bisschen ausweitet. Nicht falsch verstehen. Ich denke natürlich, dass zwei, drei, vier neue Objektive nächstes Jahr kommen werden. Aber wo genau die angesiedelt sind, das wird spannend zu sehen. Was man noch nicht so wirklich im Angebot hat, das ist so im Ultraweitwinkelbereich, Festbrennweiten. Ich denke, da kann noch einiges gehen. Klar, so ein 17, 28 mm, 20 bis 40, aber das ist ja alles noch nicht so richtig. Ultraweitwinkel, also ein bisschen was da drunter, das könnte ich mir noch vorstellen. Irgendwas in der Region. Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für das gesamte letzte Jahr, in dem ihr dabei wart, zugeschaut habt, kommentiert habt. Bleibt auf jeden Fall dran. Es könnte zum Beispiel sein, dass nächste Woche ein super interessantes Video zu einer noch viel interessanten Kamera kommt. Worum es dann geht, darf ich euch leider noch nicht sagen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Also, wenn ich es noch nicht gemacht habe, abonnieren, Glocke drücken. Vielen Dank, macht's gut und genießt noch euren Neujahrstag.